Wir sind 2009 Richtung Osten losgefahren und als wir dann Freunden und Verwandten gesagt haben, na, mit der alten Kiste, wir fahren jetzt mal um die Welt. Ich glaube, da haben uns, naja, zumindest innerlich so einige ganz gewaltig den Vogel gezeigt. Wir sind Sabine Hoppe und Thomas Rahn und gemeinsam sind wir vor sechs Jahren 2009 von hier von Amberg aus gestartet mit einer Idee im Kopf. Mit euch? Mit euch? Mit euch? Vielen Dank.